Jose Manuel Franco Wallenstein Teixeira ist ein portugiesischer Schauspieler. Leben Jose Wallenstein ist der Sohn des Schauspielers Carlos Wallenstein und der Schauspielerin und Regisseurin Maria Wallenstein. Er hat zwei Brüder und eine Schwester. Seine Nichte ist die Schauspielerin Katharina Wallenstein. Von Juni 2009 bis Juni 2011 war er mit Clara Quintau Pereira Jadim Potela verheiratet. Beide haben eine gemeinsame Tochter, die im August 2011 zur Welt kam. Aktuell ist er mit der Schauspielerin Rita Calcada Bastos liiert. Wallenstein begann bereits als Jugendlicher zu spielen, als Amateurschauspieler. Seit seiner Rolle in Filipe Laferrias Inszenierung von René Kalinskis Apex aus Egun do Pier Paolo Pasolini 1980 in der Lissaboner Casa da Comedia, gilt er als ernsthafter Schauspieler. Seine ersten Filmrollen hatte er in Manuel de Oliveiras Franziska und Aletanas in der Weißen Stadt. Sein Schauspielstudium an der Escolar Superior di Teatro e Cinema schloss er 1985 ab. Parallel zu seiner Filmarbeit, wo er unter anderem in Oliveiras Film Der Seidene Schuh, die göttliche Komödie und das Porto meiner Kindheit mitspielte, arbeitete er am Theater mit Regisseuren wie Luis Miguel Sintra, Ricardo Pes, Rogério Vieira, Fernanda Lapa, Frante Chec Lestopet und Gastaut C.E.U.Z. zusammen. 1987 wurde er vom Verband der Theaterkritiker in Portugal als bester Schauspieler ausgezeichnet. Er brachte auch selbst Stücke auf die Bühne U.A.R., am Theatro Cornu Coppia und am Theatro Nacional de São João, dessen künstlerischer Leiter er zwischenzeitlich war. Neben Werken von Brecht, Kafka oder Handke inszenierte er auch Opern, darunter Werke von Kurt Weill, Igor Stravinsky und Antonio Pinho-Vagas. Im Fernsehen trat Wallenstein seit den frühen 1980er Jahren auf in portugiesischen und französischen Fernsehfilmen und Serien, etwa 1983 in Christian Jacques Merteiler Der Mann von Suisse. Seit 2004 hat er zudem in über 1000 Folgen verschiedener Telenovelas wie Sogosto, DTI, Tempo de Viva, Olhos, NOS, Solhos und zuletzt Anjo M.I.U. mitgewirkt. Auch durch seine Mitwirkung in der populären RTP-Fernsehserie Contami como FOI wurde er einer breiten Öffentlichkeit in Portugal weiter bekannt. Vorrangig ist er jedoch als Schauspieler des Theaters in Portugal und des portugiesischen Films tätig. 2013 kam die Verfilmung des Romans Nachtzug nach Lissabon in die Kinos in der Wallenstein mitspielt. Filmografie Film 1983 In der Weißen Stadt Regie Aller Tenner 1984 Sinais de Vida Regie Luis Philippe Rocha 1985 Der Seidne Show Regie Manuel de Oliveira 1991 Die göttliche Komödie Regie Manuel de Oliveira 1992 Erroa S. Negra Regie Margarida Gill 1994 Die Büchse des Bettlers Regie Manuel de Oliveira 1996 Nachrichten vom lieben Gott Regie Didier Lepeche 1997 Asombrados Abutres Regie Leonel Vieira 1998 Quando Troveja Regie Manuel Muzosch 1999 Inferno Regie Joachim Leitau 2001 Das Borto meiner Kindheit Regie Manuel de Oliveira 2001 Ayanela Regie Ayanela Regie Edgar Pera 2005 Ocrem do Padre Amaro Regie Carlos Coelho da Silva 2005 O Fatalista Regie Joao Bortelho 2005 Alice Regie Marco Martins 2009 Second Life Regie Miguel Gaudentio Alexandre Valente 2011 Viagem a Portugal Regie Sergio Treffaut 2013 Nachzug nach Lissabon Regie Bille August Serie 1983 Der Mann von Suisse 1989 Mondenier Revisirapour Vos 2004 zu 2005 Sogosto Dti 2006 zu 2007 Tempo de Viva 2008 zu 2009 Contami Como Fui 2008 zu 2009 Olhos NOS Olhos 2009 zu 2010 Meu Amor 2011 zu 2012 Anio Meu